Hallo meine Lieben, ja wie versprochen habe ich euch von der Firma Globaland nochmal dieses Regenbogen-Window-Gestaltungsbild einfach nochmal aufgedröselt und es waren tatsächlich keine Libellen, also wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei um Lotusblüten. Und man kann hier zum Beispiel jetzt schon mal sehen, wie das dann später mal am Fenster aussehen wird, wenn da die Sonne dann voll drauf scheint. Seht ihr, das ist echt toll. Also so wird es mal werden. So sieht es dann aus, wenn es bewölkt ist und wenn die Sonne scheint und dann kommen diese Glitzerfäden hier so richtig raus. Ja und bei der Beschreibung, die ja auf Englisch war, habe ich ja gelesen, man muss da irgendwo eine Folie abziehen. Und ich schussel, habe dann erstmal versucht, da an dem Originalkarton, der dabei war, irgendwas abzuziehen, was natürlich voll der Schwachsinn war. Leute, es geht ganz anders und zwar ist es tatsächlich so gedacht, dass man, es nehme ich zum Beispiel dieses Motiv hier, dass man das hier eine Folie abziehen kann. Es ist im Prinzip egal, wo ihr ansetzt, es ist ein bisschen Fuzzellage und ich nehme jetzt hier einfach diese spitze Diamond Painting Pinzette mit dazu und löse das hier ab. Seht ihr? Seht ihr? Und dann kann ich die Folie abziehen. So, genau. Dann habt ihr einmal die Folie. Das erkennt man daran, dass es halt nicht so großartig glitzert. Die könnt ihr dann wegschmeißen. Also bitte nicht aus Versehen durcheinander bringen. Dann merkt ihr auch bereits hier, dass es eine Seite gibt, die so ein bisschen, ja, klebriger ist. Die legt sich also direkt hier so an die Hand an und das ist auch die Seite, die ihr dann zum Kleben benutzen müsst. Jetzt nehme ich euch auch mal mit. Also wundert euch nicht, wir haben grässliches Wetter. Ich nehme euch jetzt mal hier mit und habe jetzt hier an meinem Fenster bereits schon ein wenig draufgeklebt. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das so halten kann. Und dann kleben wir eins mal nochmal zusammen hin. Ich klebe das jetzt einfach mal hier. Ich klebe das jetzt einfach mal irgendwo so hin. So. Klebt noch. So. Jetzt versuche ich das mal mit euch wieder abzuziehen. Und ihr könnt es ganz einfach abziehen. Das hält auch wirklich super gut. Und da gibt es verschiedene Motive. Entschuldigung. Da bin ich natürlich auch ganz gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn dann mal die Sonne direkt drauf scheint. Ja, ihr Lieben, das war das kleine Update dazu. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ist mal was ganz anderes. Ja, schaut gerne mal in dem Shop vorbei. Vielleicht ist auch was für euch bei den Produkten dabei. Macht's gut, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf. Und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Tschüss. Eure Sabrina.